Nunmehr ist Frau Prof. Dr. Braun bei uns zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Kreis, GmbH. Frau Dr. Braun, Digitalisierung, was ist das Ziel der Wirtschaftsförderung? Ja, zunächst einmal, Digitalisierung ist ja nicht nur eine Technologie und es ist letztendlich eine Veränderung, die alle Lebens- und Arbeitsbereiche betrifft und natürlich auch im Rhein-Erft-Kreis und das heißt, dass wir den Rhein-Erft-Kreis entsprechend aufstellen müssen. Dazu haben wir eine Studie in Auftrag gegeben vom Institut der deutschen Wirtschaft, Reload 2030, wie wir uns im Kreis aufstellen müssen, um 2030 entsprechend positioniert zu sein. Und da ist das Thema Digitalisierung, Innovationskraft, Innovationsschub eines der wesentlichen Themen dabei. Das heißt für uns, wie zum Beispiel auch heute im Rahmen dieser Veranstaltung, die mit weit über 100 Leuten sehr gut besucht worden ist, zeigt auch den Bedarf, der da ist, die Menschen zu sensibilisieren, aber auch die Angst zu nehmen und zu zeigen, welche Chancen es gibt für die Digitalisierung und zwar für die kleinen Unternehmen, also kleine Handwerksbetriebe bis hin zu Großunternehmen, dass jeder also letztendlich von dieser Thematik, von diesen Veränderungen auch positiv partizipieren kann, sich einbringen kann und letztendlich auch keine Angst davor haben muss. Welche Aufgaben kommen im Rahmen der Digitalisierung auf die Wirtschaftsförderung zu? Verschiedliche Aufgaben zum Beispiel. Das eine Thema ist Breitband. Wir müssen also weiter dafür sorgen, dass die Breitbandentwicklung, die im Rhein-Erft-Kreis schon sehr gut ausgeprägt ist, noch weiter fortgeschritten wird. Also da müssen wir auch entsprechend mit den Anbietern diskutieren. Wir werden jetzt auch einen Breitbandkoordinator einsetzen vom Kreis aus. Der nächste Schritt ist auch, dass wir wirklich mit den Firmen gemeinsam auch schauen, welche einzelnen Bedarfe dort bestehen. Nicht branchenspezifisch, sondern ich glaube, das ist ja auch ein Thema der Digitalisierung, dass man übergreifend, also vernetzt über die verschiedenen Branchen miteinander diskutieren kann, sodass also ein Handwerksbetrieb mit einem Industriebetrieb zusammenarbeitet, ein Dienstleister auch mit einem Handwerksbetrieb und so weiter, dass also da die Dinge vernetzen. Und wir als Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem kommunalen Wirtschaftsförderung bieten Plattformen an, Diskussionsrunden und verschiedenste Formate, die wir inzwischen uns ausgedacht haben, sage ich jetzt mal. Aber wir suchen, und das ist für uns ganz wichtig, immer wieder das enge Gespräch mit der Wirtschaft, sodass wir nicht im stillen Kämmerlein entscheiden, sondern die Akteure, die Betroffenen mitnehmen und gemeinsam dann auch entsprechende Konzepte und Formate entwickeln. Herzlichen Dank, Frau Dr. Braun. Vielen Dank.